Mein persönliches Highlight war einfach die Tatsache, dieses Projekt leiten und organisieren zu dürfen. Ich habe ein viel, viel größeres Netzwerk. Ich kenne viel, viel mehr Mitarbeiter, Kollegen auf der ganzen Welt. Egal, wo ich mit dem Flugzeug gelandet bin, es war immer wie zu Hause. Es war immer Family. Das war schön. Mein Name ist Veronika Gesser. Ich bin International HR Manager bei der Firma WIKA. Wir vertreiben weltweit unsere Produkte der Messtechnik. Für uns war es wichtig, trotz dieser unterschiedlichen Reifegrade überall eine einheitliche Sprache herzustellen. Deswegen war es wichtig für uns, einen Partner zu finden, der die Trainings in lokaler Sprache durchführen konnte. Und das war Dell Carnegie. Und dann haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht, wie wir das Ganze ans Laufen bringen, wie wir die Kickoffs gestalten. Und es wurde der Entschluss gefasst, dass immer ein Mitarbeiter von WIKA und ein Mitarbeiter von Dell Carnegie zusammen zu der Auftaktveranstaltung gefahren sind. So, dass eigentlich die Kickoffs überall in unterschiedlichen Sprachen, aber dennoch vom Inhalt identisch gewesen sind. Und das hat geholfen, alle auf ein Nenner zu bringen von Beginn an. Es gibt natürlich auch Länder, wo Englisch als Sprache schwächer ausgeprägt war. Aber die Kickoffs mussten wir auf Englisch gestalten. Und da das dann irgendwann mein 15. bis 18. Kickoff gewesen ist, dann habe ich irgendwann gesagt, also mit mir müsst ihr jetzt nicht auf Englisch reden. Und dann haben die Kollegen vor Ort eben auf Mandarinen geswitcht. Und anhand der Gestik-Mimik habe ich trotzdem ganz genau verstanden, wo sie gerade sind, was sie gerade machen und worüber sie gerade sprechen. Und das Gleiche war auch, seit ich der Teilnehmer zu sehen. Die Leute haben die Inhalte dennoch als Menschen auf der Welt gleich aufgefasst. Klar war das Thema Del Carnegie in aller Wunde, gerade während der Trainings. Es verging eigentlich keine Mittagspause, wo nicht irgendjemand am Tisch, egal in welcher Niederlassung ich gerade saß, das Thema Del Carnegie auf den Tisch brachte. Oder Mitarbeiter kamen auf mich zu. Ich möchte da auch mitmachen. Was muss ich dafür tun? Es gab quasi auch Werbung durch Mutpropaganda durch die Mitarbeiter. Das heißt, neben dem, was wir organisieren, wo die Mitarbeiter sich selbst immer wieder daran erinnern. Das hast du doch gelernt. Mensch, das hast du doch so gemacht. Mach das weiter, als ich das und das ausprobiert habe. Hat mir das geholfen. Probier es doch auch mal aus. Also es gibt unterschiedliche Zugänge, wo das Thema auch heute noch, selbst in einem Land wie Russland, wo das Programm inzwischen zweieinhalb Jahre her ist, selbst da ist das Thema noch aktuell. Und genau das wollten wir auch haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.